Willkommen zum Let's Play von NBA 2K16. Es ist endlich wieder soweit. Basketballzeit bricht langsam an. Nachdem der Fußball ja schon seit einigen Wochen rollt, geht es auch langsam wieder mit der NBA los. Die Off-Season neigt sich dem Ende und dementsprechend released auch wieder 2K seinen neuen Sportkracher. Für mich das beste Sportspiel, was es die letzten Jahre hinweg überhaupt gab. Also 2K14, 15 haben mich beide megamäßig überzeugt. Klar, es gibt immer wieder kleine Kritikpunkte, aber gut, daran kann man nichts ändern, wenn es so ist. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vorab. Also ihr hört im Hintergrund keine Musik, das ist klar. Das ist schade. Ich habe schon mal ein bisschen reingehört in den Soundtrack. Das sind echt ein paar richtig geile Lieder dabei. Aber aufgrund der Problematik mit dem Urheberrecht und mit der GEMA im Menü keine Musik. Tut mir leid. Natürlich im Spiel ist es total unrelevant, weil da läuft bei mir eh keine Mucke. Ich will die Stadionatmosphäre haben. Ansonsten können wir hier eigentlich alles genau machen. Erstmal los mit mein Spieler. Also Grunddaten. Vorname Alan. Nein, nicht Alan, sondern... Natürlich Max. So, Nachname West. West Fall. Da klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich weiß auch nicht warum. Ich nehme immer Whitey. Keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt in 14, 15 gemacht. Natürlich mache ich das jetzt auch in 16. Bevorzugtes Team. Also ganz kurz. Ich verfolge die NBA und Basketball erst seit zwei Jahren so richtig. Ich habe nicht wirklich ein Team, wo ich sage, dafür werde ich jetzt sterben. Aber seit ich Basketball schaue, ja, sind es eigentlich, ja, sind es eigentlich schon die Warriors. Dementsprechend mache ich mal bevorzugtes Team. Warriors. Das war ich auch schon in 14. Also jetzt nicht, weil sie den Championship geholt haben. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber gut, da soll auch jeder sein eigenes Lieblingsteam haben. Mein Ton. Tja. So würde ich ungefähr wirklich aussehen. Ich möchte aber nicht Schneeweiß sein. Dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal so. So. Kopf-Voreinstellungen. Jetzt brauche ich mal irgendjemanden, der ein bisschen nach was aussieht. Der kommt mir doch verdammt bekannt vor. Und den nehme ich auch wieder. Scanne dein Gesicht. Ja, ich habe leider keine Cam. Dementsprechend fällt das schon mal aus. Ähm. Frontansicht. So, was können wir jetzt hier alles machen. Aber ich kann die Ohren irgendwie so verschieben oder wie. Hm. Klicke ich mich mal ein bisschen durch. Nee, bitte hör auf. Äh. Äh. Ich will ja nicht aussehen wie. Ja, hier. Wir hätten ganz gerne gerade Ohren. Eigentlich bin ich mit dem Gesicht, so wie es ist, ganz zufrieden. Ich hatte das auch in, äh, entweder in 14 oder 15. Genau das gleiche, ja. Ähm. Profilansicht. Auch das passt. Merkmale. Also, A. Augenfarbe. Haselnussbraun. Nee, ich habe eigentlich eher. Ja, blau. So blau habe ich es jetzt auch wieder nicht. Aber gibt es bloß. Okay, also blau. Auge. Können wir mal durchklicken von Auge 1. Der schaut ein bisschen träge. Der noch träger. Der ein bisschen aufgeweckter. Das sieht doch. Und ich glaube, Auge 7 passt. Ohren passen auch. Wange. Ja, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die eigentlich nicht wirklich relevant sind. Es ist zwar cool, dass es drinnen ist. Lippen. Okay, da schaue ich wie ein... Das sieht aus wie ein Gmutschmund. Ähm. Ja, Lippen 2 passt. Kinn passt. Stirn passt. Ah, Symmetrie. Oh, okay. Ich glaube, da lasse ich auch mal vier Makel. Was gibt es denn für Makel? Hm. Ja, da verändert sich jetzt nicht wirklich was. Bloß ein bisschen die Struktur der Haut. Also machen wir Makel aus. So. Haare. Also ich persönlich habe ja ungefähr die gleiche Frisur. Aber er muss ja nicht ganz genau aussehen wie ich. Ah, nee. Das geht gar nicht. Threadlocks finde ich persönlich nicht immer so. Dementsprechend drückt er mir jetzt ungefähr nur Threadlocks rein. So voll. Alter, das sieht aus wie so... Nee, das geht überhaupt nicht. High Top Afro Fade. Juicy Box Fade. Das geht auch überhaupt nicht. Irokeselang. 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 Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Lass ich das mal drin. Haarfarbe Braun. Hellbraun. Dunkelblond. Dunkelblond. So. Gesichtsbehaarung. In der NBA ja nicht gerade. Unrelevant. Wie wir wissen. Ich sage bloß James Harden. Mal schauen, ob wir irgendwo ein James Harden Bart haben. Auch wenn ich mir den nicht machen werde. Ja, so in etwa die Richtung. Aber ich bleibe dann doch bei... Etwas... Ja, so das passt doch. Bartstoppen. Genau. Bartfarbe. Sollte dann natürlich auch blond sein. Sonst schaut das Ganze wieder total affig aus. Obwohl, da kann ich sogar ein bisschen längeren Bart machen, wenn ich blond mache. Der schaut immer noch so grießcremig, finde ich. Das irritiert mich. Ich habe noch gar keine freigeschalten. Okay. Änderungen annehmen und zurück. So, dann hätten wir doch das Wichtigste für den Anfang schon mal geschafft. Was gibt es zur Auswahl? 2K TV, Play Now, meine Karriere, mein Park, 2K, Bro AM, mein GM, mein Team, meine Liga. Also alles, was man eigentlich so auch kennt. Bro AM sagt mir jetzt noch nichts. Und der Rest, doch der Rest ist eigentlich bekannt. Wir starten natürlich mit meine Karriere. Position. Also jetzt wird es interessant. Ich bin keiner, der gerne im Frontcourt spielt. Dementsprechend fällt Power Forward und Center schon mal weg. Ich nehme normalerweise immer den Small Forward. Scoring Stil. Ausgeglichen, innen, außen. Ich bin einer, der relativ viel shootet. Dementsprechend außen. Größe. Ja, wir wollen natürlich danken. Dementsprechend 2 Meter müssen schon sein. Gewicht. Ah, machen wir aber ja 105 Kilo. So richtig, so ein richtiger Brotz-Nummer. Ähm, keine Ahnung. Was habe ich da mal genommen? Ich glaube irgendwie 6 habe ich, glaube ich, immer genommen. High School Parkside Dragons Midtown Bulldogs. Oh, da kenne ich mich natürlich jetzt nicht so wirklich aus. Wir machen einfach jetzt Midtown Bulldogs. Endlichkeit rechts. Bevorzugte Dunk Hand. Auch rechts. Spannweite. So, das sieht gerade noch so ein bisschen aus, als wenn wir irgendwie Affenhände hätten. Ich glaube 1,97 passt. Körperlänge. Ich glaube, Schulterbreite. Okay, man, wenn ich übertreibe, machen wir 53 Zentimeter. Meine Karriere-Story-Untertitel passt. Also, Small Forwards. Going Steel außen. 2 Meter groß. 105 Kilo schwer. Nummer 6. High School Midtown Bulldogs. Händigkeit. Unbevorzugte Dunk Hand rechts. Spannweite 1,97. Körperlänge 50 Zentimeter. Schulterbreite 54 Zentimeter. Und meine Karriere-Story-Untertitel an. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Go. Oh. Man, CC, I'm beat. Another long day, and we have a big game this weekend. Yeah, I hear you, Freak, but don't forget, we still gotta get up early in the morning tomorrow so we can get a few extra shots in before school. Right. Then I probably should finish my homework. Hey, hold up. Homework? Now, I know we can think of something better to do than homework. Oh, hold on now, son. You got homework to do? You need to get on it. You too, Victor. Now, you know I don't like the idea of these early morning workouts. You need your yes. All right, Paz, I know. We got it. We got it. Oh, 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 swish. Man, that was your line. Oh, my bad. Cut, 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 cut. Your line. This year, NBA 2K16 will take a new approach to your MyCareer story. Expand your world to something bigger and better than ever before. There's a lot more of being a great ball than what you see in the court. High school, college, choosing an agent, getting drafted, developing a personal brand and family. The pressure is starting very real for you and everyone around you. But the rewards can be equally as powerful if you're willing to put into work. So let me tell you a story. Shazam! Now, step into my world, where are you? You can tell me a story. You'll need to be the next NBA Phenomen. The next Frequency Vibration, aka Freak. This is living the dream. Mein Charakter schaut trotzdem einfach immer so ein bisschen, wie er es wirklich anfangen würde zu weinen. Wow, you're about to wake up the whole project. Man, whatever, this is awkward. So what's up, bro? How you feeling? Oh, I'm living the dream. What? Sis, I'm living the dream. That's what I'm talking about. Money. Hard work is always in order, right? Yep, just like our parents. 32 years and they both still at the post office. Mom's selling stamps, Pop's delivering the mail. Never complain, never miss the day. Yeah, well, Mom did when she had us. Nice! But Pop said she went back to work a lot sooner than she had to. Right, of course she did. Brought us up right here in Harlem, USA. The project. But you know what? We do what we do. When I make it to the league, we'll have enough money, we'll retire both of them. What will I do from here? Make it sit back, chill. Also, wenn wir jetzt schon so Dreier shooten können, wie er es gerade tut, na dann, ähm, passt. Boom! What up, CeCe? This guy. Yo! I still got the skills, though! Too bad you got kicked off the squad. Oh, that's because Coach is a hater. You only wanted one player to shine. But it's all good, though. My man, Freak, is extra nice with it. We both going to the league. Both? Oh, you heard me, little sis. Ugh! Mr. Crackathon, you already changed your breath? Nah, see? See, that's my new mouthwash. Hmm, distilled. Oh, you got jokes early in the A.M. Yeah, you two always beefing. Yo, Vic, you are no good on the curb, bum. Let's just keep it 100. Two times 50. Wow. You see how she doing mathematics on me, though? This is a tax on my character. As you already know, I'm an upright citizen with high morals and values. Anywho, it's not fun to get to school. We can't be late. Vic, you joining us? Nah, I'm going to catch y'all at the cafeteria for lunch. Son, that's at 12 noon. Yeah, and I'm going to take a little nap, you know, so I'm going to rest for them afternoon classes. Vic, Vic, you a trip, man. Nah, son, hey, you want your boy in class, nodding off, head on a desk? Or you want me bright-eyed, bushy-tailed, raising my hand and answering mad questions in class? Why don't you just go to bed? Uh, because I can't sleep at night. Freak, you believe this? No. Yo, it's the truth. I sleep better in the daytime. My doctor said that my biological clock is all turned around. You know, like, up is down, down is up, left is right, right is left. Wait, how'd I... You know what? It's all good in the hood. You two know I'm dyslexic. It's dyslexic. Yo, you twisted for show. Whatever. You know what's for lunch? Ah, Monday's mystery meat. Hate it. You know what? If you use your imagination, it tastes just like your mom's prime rib. Tasty. I'm saying no. Alright, y'all. I bid you adieu. Adieu. Be safe. Also, der hat ja schon einen leichten Touch, oder? Zumindest, mein Gefühl sagt mir das. CC, you ain't right. But that's alright. And why is that? Because you keep forgetting. I'm an F.O.F. And you tell what is an F.O.F. You didn't tell her? Yo, my dear is dear. A friend of Freak. F.O.F.? Yeah, that's hot, right? No, that's corny. Nah, you mad, cause you ain't come up with it. Let me go get the bag. Oh, please. Alright, hurry up. Hey, yo Freak, I'ma see you later, man. Yeah, ey, Vic. Huh? What, what? Get to school, man. No more Miss Dave. And you know me. I'm gonna be there. That's exactly it, Vic. I know you, V. Get to school, man. Whatever. Slip, dick. Ey, sis. Hold up. Eins, zwei, drei, Swish. Also, da wurde schon eine große Ankündigung gemacht, dass sich die Story dieses Jahr anders verhalten soll als die Jahre zuvor. Ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man außerhalb des Feldes noch mehr Möglichkeiten hätte. Ihr Schotttiming und Dribble-Move. Nicht nur das, Ihr MyCourt ist vollkustomisable durch die 2K Sports Store. Du kannst deine Freunde über für private Spiele oder die 2K Pro-Am-Courts zusammen treffen. Was machst du dann nächstes? Wir schauen doch mal, ob der 3er wirklich so gut ist, wie gerade eben im Video. Kaboom! Ja. Also, shooten konnte ich in NBA schon immer relativ gut. Also, kommen noch einen und dann schauen wir, was es alles zu machen gibt. Okay. Der zweite war nicht drin. Shootaround beenden. So. Da hinten haben wir eine Launch. Fernsehen. Weiter. Also, Fernsehen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Highschool. Abschlussjahr. Erstes Spiel. Midtown Highschool. Bulldogs vs. Parkside Highschool. Dragons. Okay. Gehen wir einfach mal rein. Ich meine, wir werden das alles noch sehen. Das ist jetzt am Anfang natürlich relativ viel neuer Stuff. College Scouts kommen in Scharen. Okay. Highschool-Phänomen. Max Whitey dominiert auf dem Parkett. Sieht immer mehr nach zukünftigem NBA-Star aus. Hype um Basketballer. Max Whitey aus Haarlem nimmt zu. Scouts nennen ihn den nächsten Superstar. Midtown-Staff Whack zum fünften Mal in Folge zum Basketballspieler der Woche in New York City gewählt. Midtown. Das ist natürlich richtig geil. Dass es dann wirklich anscheinend im College losgeht. Oder in der Highschool. Also er hat ein bisschen den Touch, aber anscheinend steht er doch auf weibliche Wesen. Okay. Da hinten sind wir die Nummer 6. Und da gehen die Spiele auch nur 2 Minuten. Und kommt mir das nur so vor? Oder ist der Ring auch viel weit? Oh, da wäre schon beinahe der erste Rebound für uns gewesen. Wir sind ehrlich gesagt irgendwie voll der Riese. Komm schon, Rebound, Rebound. Nein, er nagelt einen Dreier rein. Packnotti Junior hat aber nicht so wirklich Bock abzuspielen, habe ich das Gefühl, doch jetzt. Assist. So, komm, mach ihn rein. Assist. Jawohl. Also ich bin jemand, wenn ich die Chance habe zu werfen, werfe ich. Aber wenn ich sehe, dass noch jemand besser steht, spiele ich ab. Also ich werfe jetzt nicht auf Teufel, komm raus. Versucht zu stealen, hat nicht geklappt. Aber wir blocken ihn einfach. Sehr schön. Und nach vorne. Und da ist unser erster Korb. Woohoo. Come on, party. Two points, one assist. Die Stimmung in der Halle, die brennt förmlich über. Das ist der Wahnsinn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damn. Und da gibt es den ersten Dank. Ah, ist cool. Man hört hier auch ziemlich deutlich die Stimmen der Spieler. Okay, wir... Ich bin auch jemand, der sehr konsequent spielt. Da ich dann am Ende doch meistens auf... im Schwierigkeitsgrad Hall of Fame spiele. Ja. Da spiele ich auch die meiste Zeit konsequent den Stil, der vorgegeben wird. Also da wird der größte Sponsor auch nochmal erwähnt. Okay. Rein geht's ins zweite Viertel. So, wir versuchen hier... uns nicht abhängen zu lassen. Und da gibt's einen Monsterblock, Baby. Aber der Punkt... Naja. Wird leider trotzdem gemacht. Oh, come on! Woohoohoo! Whitey is on fire! Und Rebound. Jawohl. Wir brauchen nicht mal los springen. So. Aber wieder ein bisschen mit den anderen zusammenspielen. Das ist ja hier kein... keine One-Man-Show. Naja, jetzt wird's langsam ein bisschen eng mit dem Werfen. Haben wir überhaupt... Haben wir überhaupt den Shot Clock? Nee. Oder? Ich war gerade etwas irritiert, weil von meinem Gefühl her... So, wir versuchen... im Block zu stellen. Und da ist der nächste Dreier. Und meine Geschwister... feuern mich an. So. Hier die Zone zu machen. Da kann eigentlich nichts passieren. Da kann nichts passieren, wenn wir jetzt hier... rangehen, rangehen, rangehen. Und wieder unsere... Soll ich's probieren? Komm, ich probier's. Oh, schade. So, zweites Viertel ist vorbei. Zehn Punkte, zwei Rebounds, ein Assist, ein Block. Aber wir führen nur mit drei. Also, das ist natürlich immer ein Problem, wenn die Leute aus dem eigenen Team sich nicht trauen zu werfen, wenn sie die Möglichkeit haben. Da wird man dann teilweise auch ein bisschen dazu gezwungen, hier ein bisschen die One-Man-Show abzufeuern. So, ich stelle einen Block. Ah, das passt. Komm, komm, komm. Spiel raus. Ah, der war... Ah, der war schlecht von mir. Komm schon. Okay, Shot Clock. Bam! Und die Halle geht mit. Also, das ist... Das ist schon richtig geil gemacht. Und da gibt's einen Stil. Und den nächsten Dank. Ja, was ist da los? Wo sind die Scouts? Maxi Joe is on fire. So, wo ist mein Mann, den ich decken muss? Da draußen. No. Ah, komm schon. Unserer, jawohl. Und jetzt zieht fort. Warum geht denn keiner von... Ah, da muss... Ey. Das muss viel schneller gehen. Das muss viel schneller gehen. Das muss viel schneller gehen. Aber... Freiwürfe für uns. Boah, wir schwitzen ja wie sauer, ey. Jawohl. Jawohl. Okay. Wir feiern uns schon ein bisschen selber. Und der zweite ist auch drinnen. Perfekt. So, da gibt's eine kurze Besprechung. Ja, jetzt führen wir mit 10. Das ist, glaube ich, in diesem Zeitverhältnis schon mehr als optimal. So. Oh no. Nein. Jetzt hab ich gepennt. Ah. Ach Gott, wir könnten hier so einfach durchlaufen, aber... Okay. Und Ballverlust. Jetzt hab ich's übertrieben. Jetzt wieder Konzentration. Ich geh mal mit drauf zum Doppeln. Ah. Hat der ihn noch berührt? Ja, ist unserer. Ist unserer. Okay, spiel... Ja, genau. Drück ihn mir in der letzten Sekunde auf die Hand. Ach, Mann, ey. So was hasse ich wie die Pest, wenn man mir in der letzten Sekunde... Also ohne, dass ich's selber bestimmen kann, den Ball so hindrückt. Okay. Wir doppeln. Ja, schön, das ist unserer. Und come on. Ah, Pacnotty Junior, der traut sich... ...nicht so wirklich was zu. Komm schon, da draußen steht er doch. Boah, Leute. Ey. Noch freier kann man ja wohl nicht stehen, oder? Okay, also die spielen schon echt die ganze Zeit über uns. Ja. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Also man ist hier wirklich so der... ...der Leader. Hey Juniors. Juniors. Die trauen sich überhaupt nicht zu werfen. Das ist krass. Also okay, dann werde ich jetzt die letzte Minute... ...ähm... ...alleine Vollgas geben. Weil dann immer wieder jemanden freizuspielen... ...der sich da nicht traut zu werfen. Geile Aktion. Einfach mal mit dem Ball in die eigene Hälfte zurückgelaufen. Ja, da wollte ich zwar gar nicht hinwerfen, aber okay. So, jetzt komm. Mach was. Spiel raus. Naja, aber das ist... ...die stehen natürlich relativ... ...tief hinten drinnen. Dementsprechend... ...kommt man hier oft in die Situation, Dreier zu werfen. Aber da habe ich nicht wirklich jemanden dabei, der sich das traut. Aber wir führen immer noch mit 10... ...und es sind nur noch 43 Sekunden, ne? Vielleicht kriegen wir ja noch einen geilen Spielzug hin. Naja, Foul. Ja, okay. Ich mach fein nichts, ne? Wollte ich nur so sagen. Also dieses Gewackel kommt nicht von mir. Schon wieder... ...ich drück nichts. Wirklich? Aber er geht trotzdem rein. Okay. Komm schon, Spiel. Spiel? Bäm. Weiß gar nicht. Von den 23 Punkten, na? Habe ich, glaube ich, irgendwie 19 gemacht oder so. Komm schon, das ist unsere. Jawohl. Und jetzt vor. Lauft, 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 lauft. Komm schon, du stehst komplett frei. Hm. Und jetzt ist unsere Dynamik im Gegensatz zu der von den anderen ist natürlich der absolute Wahnsinn. Aber wir haben gewonnen. Unsere Wurfquote war zwar durch die blöden Situationen... Ja, nicht so optimal, aber okay. So, Punkte 21. Rebounds 4. Assist 1, Blocks 1, Steal 1. Ja, und die Wurfquote. Das ist doch, glaube ich, völlig okay. Speichert. Jetzt gibt es bestimmt gleich ein Gespräch mit unseren Geschwistern. Beginn der College-Verpflichtungen. Live in a dream. A Spike Lee joint. Patrick Ewing. Dikembe Mutombo. Alonzo Mourning. And the answer. Alan Iverson. One word unites these men. Georgetown. Hoyas. There's an attitude that comes with wearing a Georgetown jersey. Man, an attitude you already possess. You will be able to develop at a top tier, world-renowned institution in one of the greatest cities in our nation. If not the entire world. You will develop into a top prospect in the NBA under the guidance of a talented coaching staff. Legends deserve a legendary path. And that path goes through Georgetown. Everyone knows the respect that Villanova has in the basketball world. And our NBA roster boasts some of the most talented and passionate players in the NBA. Just look at the current play of former Wildcat Kyle Lowry. This could be you, freak. No, this will be you. We have been fans of yours since you dominated that big outdoor park tournament in back-to-back years. See, we love players with that streetball edge to them. I find it schon mal cool, dass die Anwerber jetzt so nacheinander kommen und man sich nicht gleich entscheiden muss, ob man jetzt einen ablehnt. Denn in dem Gebiet kann man sich fast nicht auskennen, wenn man nicht schon über Jahre hinweg auch die College-Meisterschaften verfolgt. Also der fliegt schon mal raus für mich, der ist mir ein bisschen unsympathisch. Auch das Aufzählen von solchen Erfolgen, so bam, 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 das ist doch immer etwas, ja. Was ist der? Ja. 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 Ich heiss ... Ja. Vielen Dank.